Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Der erste Schock ist da sicherlich bei vielen verdaut. Koi Takura wird nicht auf Schalke bleiben. Es fehlt einfach die Kohle, um so einen Deal abzuschießen, auch bedingt durch unsere ganzen Altlasten wie Sebastian Rudy, wo er immer noch Geld für bezahlt werden muss. Und bei einer Pressekonferenz in der Nationalmannschaft Japans nahm Koi Takura nun mal selber Stellung zu der Entscheidung und sagte darüber Folgendes. Es ist traurig, denn ich hatte eine gute Saison. Schalke ist eine gute Option für mich. Es ist nicht Schalke schuld und ich kann nichts dagegen tun. Denn, noch einmal, die finanzielle Hürde war ja einfach schlichtweg zu hoch. Und das hat ja auch schon Ruben Schröder im Abschied des Japaners bestätigt. Das finanzielle Volumen war schlicht zu groß und hätte unseren mit Bedacht gesetzten Rahmen gesprengt. Und deswegen hat auch Koi Takura mehr als Verständnis für diese Entscheidung. Klar ist natürlich auch, dass man jetzt sehen wird, wo es für ihn weitergeht. Bei Man City ist das nicht der Fall, da hat er ja noch gar kein Spiel absolviert. Und es könnte auch sein, dass er in der Bundesliga bleibt und damit gegen uns spielen wird. Aktuell wird vor allen Dingen Borussia Mönchmöpp als Interessent gehandelt. Und generell muss man sagen, dass Koi Takura ohnehin in die 1. Liga gehen wollte. Ich bin erleichtert und zufrieden, weil ich ein Minimalziel erreicht habe. Ich habe mich noch nicht entschieden und weiß nicht, wo das sein wird. So also Koi Takura. Ich denke mal, dass es in der 1. Liga gehen wird, ist auf jeden Fall der Fall. Und möglicherweise halt auch in die Bundesliga, was sicherlich für uns noch mal bitterer wäre, ihn auch gegen uns spielen zu sehen. Dann würde vielleicht auch ein enges Interesse von Bonwaff, was man da schon mal gehört hat, noch mal mehr Sinn ergeben. Aber anscheinend scheint Borussia Mönchengladbach der Favorit aktuell zu sein. Zumindest muss Koi Takura jetzt noch den Abschied von Schalke verdauen und dann möglicherweise bald auch selber auf uns treffen. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.